Herzlich Willkommen bei Welt und Wursch im neuen News. Wir haben mit CW Brunschewitschen keiner wird das richtig ausgesprochen. Es ist ein holländischer Kreuzer. Es ist ein holländischer Kreuzer was wir bald einen holländischen Kreuzerbaum bekommen. Bei den holländischen Schiff gibt es einen kleinen historischen Hintergrund. Das Schiff wurde nach Peru verkauft und seit 2017 wurde das Schiff stillgelegt. 1950 wurde das Schiff modellisiert und nach Peru verkauft. Bis 2017 war das Schiff genug Dienst gestellt. Geil. Geil. Ein Schiff was seit Ewigkeiten Dienst gestellt wurde. Aber naja. Das ist ein Schiff 8 Kreuzer. Und das Ding hat auch etwas besonderes. Bei den neuen Futures bei den Niederländern bekommen bekommt das Schiff genauso. Und wir gucken uns gemütlich. Das Ding hat 33.800 Leben. Das ist sehr interessant. 25 mm Deckpanzerung. Das ist von der Schiffsspitze. Wir haben eine Hauptbatterie von 4x2. 152 mm. Reichweite von 16,1 km. HI-Dämmlich sind wir bei 2150. Ein Abfangstanz bei 11%. Flüchtlingsschwindigkeit sind wir... Okay. Die Geschütze sind gleich wie bei den anderen Forscherbau. Was Besonderheit ist. Wir haben hier 6 Sekunden Reload. Das ist erstmal Hammergoy. 6 Sekunden ist ganz gut. Ganz gute Wert würde ich mal sagen. 180 Grad Drehung. Da sind wir bei 22,5. Ist ganz okay. Streuwert von 144 haben wir. Meter. Siegbarwert von 2. Das ist besonders. Flugabwert 7 km. Oh, okay. Das ist schon mal geil. Flugabwert wäre schon mal hammergeil. Das ist ordentlich. So. Wir haben jetzt hier 32 Kloten schnell. Abfangschutz von 60%. Willi? Echt jetzt? 16 Sekunden Branddauer? Okay. Das ist ein bisschen heftig. Hohoho. Für Stufe 8 Schiff. Du hast schon ein kleines Kaliber. Das ist so hohen Branddauer. Das ist ein Branddauer für ein Schlachtschiff. Autsch. Schiffsträmen sind bei 730 Metern. Ruderschutz von 1,9. Das ist ordentlich. Tarmet von 11,9. Das ist ordentlich. Tarnungsmeister und Kuh. Alles reingebattelt sind wir rum. Komm, wir werden unter 10 beinahe. Läuft. So. Aufsichtsreichweite sind wir bei 8,5 Kilometern. Das ist ordentlich. Unser Flugabwehr schießt bei 7 Kilometer los. Kann man sagen, wir haben hier 1,5 Kilometer ungefähr Pimodorm Toranz. Abfall bei Nebel sind wir bei 5,6 Kilometer. Für Abfall bei Nebel ist das nicht ganz okay. Wir haben hier Damage Control Party, Motorboost und Reperto Party. Alle Schiffe kriegen Reperto Party außer anderen Nationen. Geil. Nicht geil. Ich finde es zu komisch. Die haben so viele Primo Schiffe rein. Alle komische Nationen kriegen wie andere Nationen. Die Schiffe es wirklich dringend brauchen für Reperto Party. Kriegen sie nicht. Ich verstehe es nicht. Naja, das ist Wargaming und Wargaming. Bis Stufe 9 ist meistens hochgestellbar. Bei Niederländerabschluss kriegst du schon einen Heel. Das ist schon geil. Okay, die Schweren Briten haben alle Heel. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber warum kriegen die anderen Nationen die Heel nicht? Das finde ich ein bisschen schade. Viele andere Nationen können ein bisschen Liebe vertragen mit Reperto Party. Die Lieben Generierung. Das wäre viel schön angenehmer. Wenn andere Schiffe noch in viel mehr Situationen kämpfen. Aber ja. Eure Meinung zu den holländischen Kreuzer. Die wie ich keine Ahnung wie das ausgesprochen wird. Was weiß ich der Geier. Eure Meinung zu den Schiff. Wie gesagt, es heißt Workpress. Für ein Tier 8 Kreuzer. 60 Sekunden Branddauer ist schon sehr heftig. Das ist ordentlich. Am Gruppenganzen ist das Ding eigentlich nicht schlecht. 16,1 Kilometer Reichweite. Das ist arg wenig. Das Problem ist, hier finde ich ein bisschen schade. Das Ding hat hier keinen Aufklärungsflug. Das ist ein bisschen schade. Aber was ein bisschen hoch ist, ist der Brandwahrscheinlichkeit. Aber wie gesagt, das Schiff ist noch VIP. Haben sie erst präsentiert. Wann das Ding wirklich kommt, ist fraglich. Ich denke mal, es kommt ein Premium-Shop rein. Oder sonst irgendwas. Wie gesagt, alle Schiffe und sonstiges kommen erst in Testphase. Und ich denke mal, erst im Sommer kommen erst die Schiffe raus. Bevor die U-Booten kommen. Ich bin überhaupt mal gespannt, wann überhaupt da die U-Booten kommen. Ewigkeiten Tester aber besitzen nichts weitergekommen. Naja, wenn es euch gefallen, lasst uns Daumen nach oben. Wie gesagt, alle Schiffe jetzt vorgestellt. Die neuen Features. Tue ich mir die lieben Katzen mal vorstellen. Wie gesagt, das kommt als separate Video. Und bekommen relativ viel, kann man sagen, die Schiffe, was ich vorgestellt habe. Ein paar von denen kriegen die neuen Features. Und ich denke mal, das ist ein gespräch Bedarf. Wie es kommen sollte und Co. Ich habe es mal kurz übersetzt lassen. Ist sehr interessant. Ich hoffe, das wird nie so ein reines Spam-Aktion wird. Lass uns eher überraschen, wie es wird. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Haut rein. Wir sehen uns in den nächsten News. Tschüss für Koski. Tschüss. 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 Tschüss.